Verkehrt herumschreiben Wenn Sie wollen, können Sie Ihre Texte im 180 Grad drehen. Dies funktioniert mit einem Trick. Anstatt der tatsächlichen Zeichen nutzen Sie Symbole aus der Zeichentabelle, welche wie eine kopfgestellte Version eines Buchstabens aussieht, zum Beispiel ein N als U. Unter fliptext.net finden Sie auch einen Generator für solche Texte. Schreiben Sie einen beliebigen Text, welcher Kopf stehen soll. Allerdings sind keine Großbuchstaben oder Umlaute möglich, diese werden daher automatisch umgewandelt. Auch Zahlen lassen sich auf den Kopf stellen, allerdings nicht so gut, dass Sie eine Illusion erzeugen.